Wo du reingefallen bist. Hä? Das ist auch. Oh, ich höre die Zombies. Ich habe kein Schwert, deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Ich auch nicht. Also ich habe ein Schwert, aber ich gehe trotzdem nicht hin. Alter, bei uns ist es ein bisschen gewachsen. Ja, ein bisschen. Ist gut. Ich glaube, wir machen jetzt gleich noch eine zweite Truhe. Aber wir haben ja noch zwei. Nehme ich kurz in meine Hand. Aber warte, ich tu mir das ganze Eisen erst mal rein. Ja, ich hau ihm das ganze Kohle-Gedöns wieder rein. Das Eisen. Habe ich ja. Jetzt decke ich das noch und fertig. Das kann auch noch rein. Na ja. Warte, dann ist es wieder das. Äh. So, oh, ich habe noch Redstone. So, schon zwölf Dramaten haben wir. Ich würde sagen, ähm. Wo halten die noch richtig? Ja. Nein. Ich würde mal sagen, hier, in diese Truhe hier oben, kommen nur Sachen rein, die eckig sind. Also ein Block. Also wenn du das hinstellst, ist das ein Block. Also muss ich dich jetzt auch da rein tun. Nein. Also dein Kopf eher. Und hier kommt nur das rein, was kein Block ist. Zum Beispiel Stickies, Essen, Gedöns, Fackeln. Und sowas. Also das Ecki hier ist, hier raus. Also das Runde ist. Raus. Wie kriegt man denn diesen einen Kopf hier? Den würde ich, das würde mich mal interessieren. So, raus, raus. Rein, 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 rein. Rein, rein, raus. So. Oh, diese Hülle. Und das kann da alles wieder rein. Oh, fuck. Dann. So. Auch. Schade. Da wir ein bisschen mehr Ordnung haben, wa? Jo. Später kann man hier natürlich noch ganz andere Sachen bauen, ne? Also in einer anderen Größenordnung. Ja. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Nicht wirklich. So. Wo bist denn du jetzt? Draußen. Warte, wir haben ja so viel gedöhnt hier. Oben. Yeah. Ich habe ein paar Sachen eingesammelt. Was ist denn jetzt das Tor? Hier ist das Tor. Ist das hier fertig? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist fertig. Ich glaube, da sind mehr als... So, neue Karotten... So, neue Karotten... jawohl das sind potatoes ich will gar nicht wissen wie lange wir uns gesund aufnehmen auch schon ein paar minuten immer wieder sonntag ich hab immer noch boh auf minecraft ich auch deswegen zocken wir auch noch ich hab poisonous potato was bringt das keine ahnung ess mal die sind ja verrotten oder so jo wo soll ich denn das machen wo soll ich denn das bampfen reintun gib mir dafür ne kiste ich kann ja mal ne essence trist obwohl wollen wir noch n lager bauen hast du bockst du ach du scheiße ich hätte irgendwie bockst du hier ein lager rein zu hauen oder hier wenn wir hier vorne hier ne tür rein hauen ja und dann dahinten lager rein hauen bisschen ebnen und dann ich mach mal eine schnelle druhe und hauen da bisschen essen rein ja kannst du ja erstmal eine machen damit wir platz haben für erstmal den kram weg haben so so erstens trug wo ich mal hier ja da kann ich die ganzen ähm gucken warte 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 ich will ganz kurz was machen legen warte warte ich will ganz kurz was machen ich kann bock muss ich scheiß englisch Ferien aber nicht lebt Leider Karotte 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 da unten noch Potatus das Trottenfleisch ist kein Essen die habe ich auch nicht mitgenommen ich tu das Weizen auch mal mit da rein na gut ich weiß nicht was du mit den Sugar Cains machen wolltest Weizen was gebratenes Schweinefleisch Kartoffeln Kartoffeln wieso tust du die Weizen hier rein? hab ich doch gesagt dass ich die da rein äh die Samen Samen gehören hier nicht rein woher die denn hin? da hin da hin ja die Schweinefleisch kann dann auch daraus nehmen da hin so boah du hast auch zwei Hühner oder? nö eins nö das sind zwei oder? das ist ne Fackel das ist ne Fackel ach so ich hab drei ach du scheiße scheiße alter das Hühnchen was da rein gespawnt wird wird getötet es kann nur einen Wolfgang Hubert geben mach mal diesen Dreckhaufen weg ich war mal eben ordnungsgemäß auf der Tollette so kann man jetzt das blöde Overleben weg machen dankeschön alter Vater so so ich würde sagen jetzt hier lager hinballern das ist auch noch ein bisschen geilen Platz machen wir hier die Mauer dicht das Loch nach oben ist da richtig cool sonst wollen die irgendwie gucken auf welche Ebene man den ganzen Kram baut so ich würde sagen nicht nicht weiter da nach so jetzt diese das ist die Grundfläche nur dann halt ich würde sagen ich weiß nicht was auf der anderen Seite ok dass wir jetzt diese Wand hier als also wo ich jetzt drauf stehe als Wand nehmen wo das auch kacke hinkommt so und dann hier auch so dicht machen so so und von der Höhe auch wie gerade warte 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 ich geh da mal eben hoch und verstecke das dann auch wieder ja gut dann muss der auch noch weg und der auch mhm mhm das und der ja da wow weil da muss da die Decke hin mhm ich brauch mal eben Dörter auch warte ich komm mal wieder hoch sind warte wo das Lager ein Höhe aus jetzt hier ich hoffe du bist bewusst dass ich voll den renderspaß ich mache aber den boden machen holz oder so die wand haben auch schon überlegen was mit dieser blatt reißen was machst du da die ist halt jetzt wirklich generell mal guck mal gucken wie das rauskommt acht mache ich hier die wand hin wenn du wendert deinen berechnungen mit den berechnungen den übereinstimmt so will ja sonst improvisieren wir die decke ist diese hier war ja es ist dann eins höher als unser haus glaube ich ist das auch naja unser haus ist dann sogar noch eins höher oder keine ahnung eins eins zwei drei vier fünf der sechste block ist eins zwei drei vier fünf ist gleich 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 doch doch ach stimmt weil das ist ja nur das hier hat Deko ist das wahr keine ahnung Schönheit so Gobblestone Deck ist fertig was sieht das schrecklich aus bei Bedarf irgendwann wird das noch geändert da wird eh ein anderes Haus gebaut glaube ich ja ja irgendwann müssen wir aus dieser komischen Bude da raus mit den Hühnern mit den Hühnern was ist denn ohne oh la hab ich den Eisen nicht gesehen oh das wollte ich einfach mitnehmen schon mal ein bisschen Holz holen dann schmeiß ich das mit in die Kiste hier so Boden machen so Boden machen raumschnall du kannst ja schon mal deinen Fackel warm bisschen ausüben ja ich packe es hier grad nur ach ne das ist nicht richtig so zack zack ja ich warte noch bis der Rest von bis der Rest von Eisen fertig ist noch ein Eisen du kannst schon mal die Tür machen aber du hast kein Holz da 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 liegt was Richtung ja ich hab schon gesehen könnte ich bitte Holz haben du hast Holz richtig 5 das sind mehr nö 5 wieso hab ich jetzt auf M8 weil die da auf dem Boden lagen ja dumm ja dann sitzt da mal blocken bitte achso komm doch da nicht mal hoch also wenn ich meine Fackel warm ausleben kann muss ich erst alle weg machen das muss ich alles ach du scheiße du bist echt äh inkompetent so würde ich sagen habe schon wieder ein kleinen Rühmchen geschafft ja da ist es richtig weil ein drüber kommt wieder Kisten ach hier kann man ja jetzt zwei Etagen Kisten machen so so dann mache ich schon mal ein paar Kisten ich würde sagen acht Stück warum das hin ja perfekt acht Stück wo fange ich denn an wo fange ich an Technik ist ja alles perfekt ich weiß nicht wo du anfangen möchtest zwei Nachtkisten Hammer und ich wollte wohl da hinten ist irgendwo Schneegebiet und dann wollte ich da wohl hinlaufen und dann hier das Holz holen vom Tannen den gedöns und dann hier da so Säulen machen ich habe verstanden dann können wir das ja einsortieren da so ein bisschen keine ahnung was wohin kommt ich bin grad voll Joke noch nicht lieber ich würde sagen Schilder ok jetzt esse ich die die Päusse des Potatoes au au ja ich habe anderthalb Schaden gekriegt ich habe Tomate äh hier Potate Kartoffeln Stein Holz musste irgendwie anfangen schon wieder voll Karl Gustav oh nein es ist Karl Gustav ach hast du noch nicht gesehen? nein Alter wo wird Hardcore Render im Trieb beziehungsweise heute also wann haben wir angefangen? um wieviel Uhr? äh eigentlich normalerweise 32 43 jetzt haben wir 1 Uhr 13 1 Uhr 2 seitdem haben wir noch Pause gemacht ich glaube der ist gerade auf Kacke gegangen warte wir haben es ähm 1 Viertel vor 11 und oh Gott meine Mathematik heute war eineinhalb Stunden sind Viertel nach 12 zweieinhalb Stunden minus also eineinhalb Stunden Pause eineinhalb Stunden haben wir ungefähr gemacht na dann geht er noch Werkzeug also mit Pflanzen pf ich tu mal alle so die kaputten Dinge cool ich tu ich mal in diese Kiste rein die kann man ja nochmal reparieren auf welche Kiste in die Werkzeugkiste in die Werkzeugkiste ja Werkzeug habe ich ja gedacht so ja Werkzeuge und und Stickies und da war es hier und Eimer ach und Eimer und Eimer da erscheint ein Pilz ja und hier Pflanzen gedöhnt hier Setzlinge Pilze sowas hier noch mal Pilze Blümchen ja Wolfgang Hubert ich kann auch nix dafür dass du keine Freunde findest die da hinten sind das sind drei spastische macht hier nix draus drei spastische Jünger ach ja Wolfgang Hubert ist dein Gedönster ne Wolfgang Hubert der wandelnde Scheißhaufen holz habe ich noch zwei Kisten da ich mir gedacht dass da jetzt das hier rein kommt warte wo komme ich da denn hin ich weiß grad ehrlich gesagt überhaupt nicht machen soll ich muss da weg das sieht nicht aus Mob mit Mob mit B oder mit P geschrieben Gott B Mob Drop Mob Drop ja Federn Leder verrottenes Fleisch Sattel so ach ein Sattel guckst du grad rein ja ich hab meine Punkt seit wann ist es ein Sattel denn mit dem Mob Drop Schweine gedöhnt droppen doch keinen ja mir doch scheißegal ja da steht aber Mob Drop dann ist das ne falsche Beschilderung oder der beziehungsweise der Inhalt falsch ja dann pack das woanders hin nö dann lass das ja packe ich jetzt da hin ich brauche ein Schild mit dem Namen Essen mach aber ne Doppelkiste oder? ja aber ich hab noch keine Kiste ich glaube ich geh mit ein bisschen mit Holz holen ich glaub meine kommt meine Platte kommt sich langsam verarscht vor wieso? so viel hat die in ihrem Leben noch nie getan glaube ich warte schenken wir deinen Wolfgang Hubert mal nen Freund nix da dein Wolfgang Hubert ist tot nix ich hab kein Schwert soo was brauchen wir dann noch? Erde und dann muss noch hier die ganzen Bodenschätze ja Erde haben wir hier rechts am geilsten sind ja die Typen die in Skype On kommen dann sind sie wieder off und dann fehlt ja dass sie wieder online sind oder das geht jetzt schon in knapp 20 Minuten so ja da haben wir Werkzeuge da kommen paar Fackeln noch rein ich pack mal diese olemische Buch da oben unter Werkzeuge weil ich weiß nicht wo ich das packen soll naja tu's da hin das ist ja eh wenn wir mal eine Enchanting Table bauen voll wir müssen mal eine Enchanting Table bauen ja machst du Sachen dafür? ja haben wir wir brauchen nur noch ein Buch weil dafür braucht man auf jeden Fall Diamant ja aber du brauchst dafür auch jetzt gibt es nochmal du brauchst mich zu obsidieren richtig ja das können wir doch leicht besorgen wir haben nur Diamanten für eine Spitzhacke ach ich komm jetzt mit Holz was mach ich hier? weiß ich nicht acht Kisten habe ich wieder so zack und du kommst da noch hin und du kommst da hin und dann oben drüber noch ein paar und so warte ich bin gleich zuhause so bleib mal stehen pack das auch in die Holzkuhruhe soo bleib mal stehen oh mein Arsch hast du noch irgendwie ne ne Truhe die unbedingt muss? hast du die für die die hast du die sind da oben ach hast du schön sortiert ja ich glaube ich geh jetzt mal durch alle Kisten durch und sortier die einfach mal gut sonst haben wir hier nix auf dieser Seite das hatte ich sortiert das ist sortiert das ist auch sortiert das ist auch sortiert ach 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 ich glaube ich glaube wie sieht das mal eben ganz kurz den ab dahin stellen so dass ich da schon wieder einfach raus hier war ja was können wir da jetzt hinbauen also Kisten und so ein Gedöns hast du ein Pech ok 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 ja wie kommt das in der Hände halt sagt das passt sogar fast können wir bei dir noch ein bisschen abzweigen nee nix auf dieser Seite hätte die auf dieser Seite hätte die hier die Gedöns einbreiter müssen wer hat hier das macht wir noch muss man herkommen schreibst ja auf ach du stehst da nein hier die Mauer hier wo ich jetzt vorstehe die mussten ein schmaler also hierher weil dann kann auf dieser Seite eine Kiste und dann noch schön gedingsten werden das mache ich beim nächsten mal ja schreib es dir auf ja eine stunde und zwanzig vierzig minuten mindestens so warte das wird auf jeden fall an mindestens zwei Sonntagen kommen das ist für den 31 haben wir ja ich muss um halb acht aufstehen damit ich das fertig hoch bekomme ich nicht ich stehe auch nur kurz um halb acht auf und dann leg ich mich wieder hin ach so ach so am Arsch bleib dann wach oder wie ich ich bin jetzt ich bin jetzt vor dem PC und guckst du Prozent zu halten dann ja genau alle zwei alle zwanzig Jahre mal ein Prozent mehr oder wie verstehe ich das jetzt gut aber ich höre jetzt ja beend jetzt hier und würde sagen bis zum nächsten mal weil das heißt immer wieder Sonntag kommt die Erinnerung und jetzt bis Ende würde ich sagen bis dann tschüss tschüss